ja heute auch mal wieder was ganz spannendes ein gebäude gebäudeteil aus dem 17 jahrhundert ehemaliges stallgebäude das wunderschön gelegen ist in einem jahr sagen landschaftsschutzgebiet und dessen lebensdauer jetzt noch mal verlängert werden soll und dass er tüchtigt werden will und ja das sieht hier innen noch ganz wüst aus hier hat man auf jeden fall noch schöne eichenbalken es gibt ja verschiedene rissbildungen was es hier zu begutachten gibt und das kann mal ganz gut werden ganz schön werden hier noch ein alter raum mit einer tatsächlich noch alten esse das sieht alles im moment noch ganz süß aus aber wenn das mal fertig ist wird das hier zum beispiel eine richtig schicke wohnung und ganz hinten kommt eine werkstatt für den kunden